Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zum Club 700. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserer heutigen Sendung. Sie kennen sicher die Redewendung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Damit soll ja ausgedrückt werden, dass jemand selbst da noch hofft, wo es keinen Sinn mehr macht. Und oft schwingt dabei ein spöttischer Unterton mit, als sei es ja auch ziemlich dumm, an der Hoffnung festzuhalten. Aber stimmt das denn? Könnte es nicht auch andersherum sein? Nur wer die Hoffnung nicht aufgibt, bekommt am Ende, was er sich wünscht. Unser Thema heute, Hoffen, wo nichts zu hoffen ist. Wir stellen Ihnen heute Menschen vor, die in aussichtslosen Situationen nicht bereit waren, die Hoffnung aufzugeben. Sie hielten trotz schwierigster Umstände an ihren Wünschen fest. Unsere erste Geschichte beginnt im Bundesstaat Iowa in den USA. Denn hier begegnen sich zwei junge Menschen, Steve und Lana. Lana Snyder feierte ihren 20. Geburtstag, als sie Steve traf, den Mann, den sie heiraten würde. Ich hatte plötzlich dieses Bild im Kopf. Da war ein kleines Mädchen und streckte ihre Hände nach mir aus. Sie sagte, Mama. Und daneben war noch ein Baby. Ich wusste sofort, dass Gott sagt, das ist dein Mann und das sind eure Kinder. Ich wusste nur nicht, was ich mit dieser Information anfangen sollte. Es gab nur ein Problem. Bei Lana wurde gerade eine doppelte Gebärmutter diagnostiziert. Selbst wenn sie schwanger werden würde, würde sie das Baby kaum austragen können. Von klein auf war mir klar, ich wollte unbedingt irgendwann heiraten und Kinder bekommen. Es war also hart für mich, das zu erfahren. Sie wusste nicht, dass Jahre vorher Steve von seinem Vater erfahren hatte, dass auch er keine Kinder haben würde. Wir saßen am Küchentisch und er sagte, ich muss dir was sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du Kinder haben wirst, ist fast null. Ich ging raus und trauerte. Ich weinte, denn ich wollte eines Tages Vater werden. Steve hatte mit neun eine aplastische Anämie gehabt und deswegen eine Chemo- und eine Knochenmarkstransplantation erhalten. Das hatte zwar sein Leben gerettet, ihn aber unfruchtbar gemacht. Es ist ein Verlust, den man in dem Alter nicht erwartet. Als Lana das erfuhr, waren sie schon fest zusammen. Als Christin hielt sie an Gottes Versprechen fest. Meine erste Reaktion war, wow, das ist echt ein Minuspunkt. Aber im Hinterkopf, wenn Gott will, dass wir Kinder haben, dann werden wir welche haben. Steve und Lana heirateten 2008 und entschieden sich für eine Adoption. Dafür sollten sie aufschreiben, wie sie mit der Trauer über ihre Unfruchtbarkeit umgingen. Lana zögerte. Etwas in mir wollte darüber nichts schreiben. Ich hatte immer noch ein Fünkchen Hoffnung, dass wir ein Wunder erleben und ich irgendwann glücklich schwanger werden würde. Aber sowas aufzuschreiben war irgendwie schmerzhaft für mich. Durch Lana war Steve näher zu Gott gekommen, aber ohne zu glauben, dass er ihnen Kinder schenken würde. Man findet sich bis zu einem gewissen Grad damit ab. So war das jedenfalls bei mir. Ich habe es beiseite geschoben. Wenn das kein Teil meines Lebens sein soll, schiebe ich es weg und denke nicht mehr daran. Eines Abends hörten sie bei einer evangelistischen Veranstaltung zu. Plötzlich drehte sich die Frau vor ihnen um und sprach sie an. Sie spürte, dass sie das tun sollte und sagte, ihr werdet euer Baby haben. Ich dachte nur, wovon redet die? Wir bewerben uns gerade um eine Adoption. Als der Evangelist fertig war, lud er ein, zum Gebet nach vorne zu kommen. Er sprach von Frauen aus der Bibel, die trotz Unfruchtbarkeit Kinder bekamen. Dann betete er für uns. An dem Abend waren beide, besonders Steve, überzeugt, dass Gott ein Wunder tun würde. Ich stieg ins Auto und fühlte Gottes Feuer in mir. Das ist schwer zu beschreiben. Es war gut und es war von Gott. Es war in der Zeit zu glauben, Gott ist real und er liebt uns. Er möchte, dass wir ein Kind haben. Drei Monate später meinte Lana, schwanger zu sein. Sie kaufte einen Schwangerschaftstest. Ich rannte aus dem Zimmer und war sicher. Steve sah mir schon von Weitem an, dass ich glücklich war. Er grinste mich fragend an. Ich umarmte ihn und sagte, wir kriegen ein Baby. Ich war so begeistert. Am 20. September 2010 erblickte Sarah Snyder das Licht der Welt. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte nicht aufhören zu weinen und sah sie an und dachte, Gott, du bist so gut. Ich konnte es nicht glauben. Unsere kleine Prinzessin Sarah war geboren. Gott hat mein Vertrauen und meinen Glauben nicht enttäuscht. Ich bin so dankbar. Ich bekam dadurch eine tiefere und erfüllendere persönliche Beziehung zu dem Allmächtigen Gott. Snyders haben ein Kind adoptiert und es sollen mehr werden. Auch hoffen sie auf weitere leibliche Kinder. Man kann es nicht leugnen. Gott tut Wunder. Das war alles so unwirklich. Immer wieder werden wir daran erinnert, dass es Gott war, dass er über uns wacht, dass er sich um das Baby kümmert und dass er sich um uns kümmert. Wir würden gerne wissen, welche Erfahrungen Sie mit dem Hoffen gemacht haben. Lohnt es sich, weiter zu hoffen? Oder sollte man nicht zu lang an Unerfüllbarem festhalten? Schreiben Sie uns auf cbndeutschland.org-hoffnung. In unserem zweiten Beitrag stellen wir Ihnen Michael Füge vor. Wer Michael heute in Erfurt begegnet, trifft auf einen engagierten und sensiblen Mann, der sich für andere Menschen einsetzt. Kaum vorzustellen, dass Michael die meiste Zeit seines Lebens das war, was man einen hoffnungslosen Fall nennt. Erfurt-Roter Berg. Sozialer Brennpunkt. Hier leitet Michael Füge das Begegnungszentrum anders. Gemeinsames Mittagessen, ein geregelter Tag. Was vielen in seinem Viertel schwerfällt, kennt Michael nur allzu gut. Also ich habe einfach ganz stark empfunden, dass Gott zu mir sagt, dass ich das, was ich selber erlebt habe, anderen weitergeben soll. Und in der Tiefe bedeutete es für mich aber schon, dass ich mir sehr sicher sein muss, dass wenn ich in diesem Milieu arbeite, dass ich nicht gefährdet bin. Michael wächst in der Nähe von Wolfsburg auf. Zwei Geschwister, die Eltern haben einen Bauernhof. Eine idyllische Fassade. Doch schon früh entdeckt Michael seinen Hang zur Sucht. Irgendwie das Süße zu genießen und der Seele irgendwie was Gutes zu tun. Und mein Vater hat auch viel Bier getrunken. Mein Vater hat geraucht. Und das waren alles Eigenschaften, die ich mir schon im frühen Alter auch angeeignet habe. Also ich habe mit sechs, sieben Jahren mein Vater Zigaretten geklaut, habe die gepafft, habe mir ein Bierchen in meinen Schreibtisch gestellt, habe das getrunken. So und ich habe von früh an schon einen exzessiven Alkoholkonsum an den Tag gelegt. Ich hatte mit 13 meine erste Alkoholvergiftung. In der Schule beginnt er, haschisch zu rauchen und LSD zu nehmen. Trotz allem macht Michael eine Lehre als Konditor. Doch mit dem Ende seiner Ausbildung kommt auch seine Drogenkarriere an einen entscheidenden Punkt. Saß ich in meinem Auto und wir haben da Geschäfte gemacht und geraucht. Und plötzlich ging so ein Silberpapier rum und da haben die Leute dran geraucht. Und das war Heroin. Und dann, ich war eh schon in dem Zustand, in dem ich keine Willenswehrkraft mehr hatte, so ungefähr, dann habe ich da einfach dran gezogen. Und es gibt so einen Spruch, der über das Heroin aussagt, wie es wirkt, nämlich wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt. Und das war bei mir auch so. Ich habe das einmal probiert und von da an habe ich es nicht mehr losgelassen. Wegen Drogenhandel hat Michael schon mit der Polizei zu tun. Doch um für sich und seine Freunde Heroin zu besorgen, hat er nun keine Skrupel mehr. Naja, dann sind wir spontan losgefahren und haben eine Tankstelle überfallen. Ich saß im Auto, die beiden sind reingegangen, kamen mit dem Geld raus und dann sind wir geflohen. Und ich habe das Auto in den Sand gesetzt, habe einen Unfall gebaut. Und dann flog da alles rum, hat mich überschlagen. Der Staatsanwalt forderte viereinhalb Jahre. Und als ich das gehört habe, da fiel so alles in mir zusammen. Und ich dachte, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Michael wird zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Allerdings muss er als Suchtkranker die Zeit nicht im Knast verbringen. Und dann habe ich eben eine Langzeittherapie gemacht. Das ging einigermaßen gut bis zum Mai 1990, kam dann in die Nachsorge und bin auch da wieder rückfällig geworden. Und das heißt, Rausschmiss aus der Therapie. Und Abbruch der Therapie bedeutete auch, ich habe die Auflagen nicht erfüllt vom Gericht. Ich hätte zwei Jahre in den Knast gemusst wieder, obwohl ich 18 Monate schon die Therapie gemacht hatte. Michael will auf keinen Fall wieder ins Gefängnis und flüchtet zu seinem Bruder. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie es Michael geht. All das, was ich erzählt hatte mit meiner Drogengeschichte, das hat mein Bruder auch erlebt. Also wir haben zusammen diese ganze Drogenkarriere sozusagen erlebt. Irgendwann habe ich gehört, dass mein Bruder irgendwie mit Gott was zu tun hat und angeblich ein Christ geworden sei. Was ich nicht wusste, ist, dass der so ein Haus aufgemacht hat für Drogenabhängige, um denen zu helfen. Und das war dann eben so ein christlich geführtes Haus. Und ich dachte, naja, besser ist obdachlos zu sein, bleibe ich da mal ein paar Tage. Und dann habe ich christliche Gemeinschaft erlebt und habe ich etwas ganz Neues erlebt, was ich bis dahin nicht kannte. Und das war wirklich, was mein Leben dann auch anfing, sich zu verändern, oder was dazu beigetragen hat, dass sich mein Leben verändert. Es war nämlich eine Atmosphäre der Annahme sozusagen. Also da waren Leute, die da gelebt haben und die haben immer gesagt, schön, Micha, dass es dich gibt. Michaels Bruder ermöglicht ihm, seine Therapie fortzusetzen, ohne wieder ins Gefängnis zu müssen. Und das war dann das neue Land in Hannover. Ob sie Hoffnung und Glauben für mich hatten, weiß ich nicht. Ist auch noch eine offene Frage bis heute, weil motiviert war ich überhaupt nicht. Ich bin dann nachts abgehauen auf die Drogenszene und habe mir Drogen besorgt. Ich habe mir eine Überdosis gesetzt, habe mir nochmal eine Überdosis gesetzt. Und eigentlich ging mein Leben dahin, dass ich eigentlich um den Tod gebettelt habe. Die klaren Worte einer Mitarbeiterin öffnen ihm schließlich die Augen. Micha, wenn du so weitermachst, wirst du sterben. Und das war so eine Aussage der Stunde. Das war das Wort der Wahrheit sozusagen. Und ich wusste, das stimmt. Weil ich so rumgespielt habe mit meinem Leben und es mir so egal war, auf der einen Seite, dass ich das so rausgefordert habe. Und als sie diesen Satz aussprach und ich so direkt mit diesem Tod konfrontiert wurde, war es so, dass in mir alles zusammenbrach. Und ich zu Gott gerufen habe, ich sage, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie kommt Gott in mein Leben. Das war so, als wenn Gott in meinem Leben kommt und zu mir sagt, ja Micha, ich bin mit dir, ich bin für dich. Und so Hoffnung in mein Leben gekommen ist, dass mein Leben vielleicht doch noch eine positive Wende bekommen könnte, was ich eigentlich nie geglaubt habe. Michael beginnt ein neues Leben. Und ich war motiviert, ich wusste, was ich wollte. Ich ging in eine Gemeinde, da habe ich mich kaufen lassen. Und ich fing dann eine Schule an, habe Realschule nachgemacht. Ich war in einem Jugendkreis drin. Ich habe wieder meine Leidenschaft, Tischtennis, bin ich nachgegangen, habe Sport gemacht. Ich hatte eine eigene Wohnung, ich habe gejobbt, mir Geld verdient. Und es ging mir gut, eigentlich, wenn nicht immer wieder diese Drogengedanken in mein Leben gekommen wären. Michael hat Jesus als seinen Erlöser erkannt und ist auf einem guten Weg. Doch frei ist er nicht. Trotzdem versucht er sich, ein Leben aufzubauen. Und wollte dann zu studieren anfangen. Habe mich dann an mehreren Hochschulen beworben und habe einen Studienplatz in Hannover bekommen. Habe mich etwas zu weit überschätzt. Und es hat keine Woche gedauert. Da war ich wieder rückfällig. Und dann fing eigentlich so die schlimmste Zeit in meinem Leben an. Das war 1995 bis 1996. Und das war bei mir ein Hin und Her. Ich wollte aufhören, bin dann in die Substitution rein, bin da wieder rückfällig geworden. Und ein Hin und Her. Und es hat so an meiner Psyche gedreht, dass ich... Dachte, ich werde verrückt irgendwie. Und dann sind mir christliche Lieder durch den Kopf gegangen und wollte eigentlich in Gottesdienst. Und habe das auch nicht mehr gepackt. Und es war irgendwie... Das war ein Drama. Es war wirklich ein Drama. Und ich bin dann in die Entgiftung und wieder raus. Und wieder rückfällig. Es war dann zunehmend, dass ich Suizidgedanken hatte. Dass so Stimmen kamen wie... Schmeiß ich hier vor das Auto oder vor den Zug. Und da habe ich erlebt, dass die Droge wirklich auch so eine dämonische Macht ist. Und dass es eben nicht nur ein Suchtmittel ist und man suchtkrank ist. Sondern dass da auch wirklich so was Finsteres dahinter ist. Und eine Finsternis, die versucht, das Leben zu zerstören. Die Drogenszene am Bahnhof in Hannover wird Michael immer wieder zum Verhängnis. Völlig erschöpft und mit Heroin im Körper bittet er seine Freunde in der christlichen Wohngemeinschaft um Hilfe. Und dann sagt er, ja, geh nach Lüdenscheid, das ist gut für dich. Und dann bin ich nach Lüdenscheid und habe da nochmal eine Therapie gemacht. Das war dann 96. Und dort habe ich Gott nochmal ganz anders kennengelernt und nochmal tiefer kennengelernt. Und das waren für mich so einschneidende Erlebnisse, dass ich wirklich frei geworden bin von Drogen. Und das ist für mich dieses Wort Gottes so lebendig geworden. Und es gibt eine Bibelstelle, die für mich so wichtig geworden ist. Und die steht in Johannes 8. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich habe dort erlebt, dass dieses Wort in mir wirklich ganz lebendig wurde. Und dass ich, ich sage das häufig so, dass ich dem Wort Gottes mehr glaube als meinen Gefühlen und als vielleicht die Umstände sind, sondern dem Wort Gottes mehr glaube. Und das hat das bewirkt, dass ich das erlebt habe und wirklich erlebt habe, wie ich frei geworden bin. In dem Begegnungszentrum Anders in Erfurt gibt Michael Füge heute seine Erfahrungen weiter. Er hat eine Familie, ist frei von Drogen und hilft anderen Menschen im Kampf gegen die Sucht. Und deswegen ist eben das Ziel, die Leute zu motivieren, doch an ihrer Sucht zu arbeiten. Und viele haben ja auch schon Erfahrungen in Form von Entgiftungen und Therapien. Und die meisten haben eben keine Hoffnung mehr. Und das ist eigentlich das, was wir vermitteln wollen, dass sie wieder Hoffnung bekommen, dass es doch mal klappen kann. Und dass es dieser Tag kommen kann, wo plötzlich sich ihr Leben verändert. Menschen wieder Mut zu machen, damit sie die Hoffnung nicht verlieren. Das ist, was Michael heute als seine Aufgabe sieht. Er hat die Erfahrung gemacht, dass der Glaube an Gott und die Unterstützung durch andere auch in vermeintlich hoffnungslosen Fällen das Blatt wenden kann. Mehr dazu jetzt von Andreas. Hoffen, wo es nichts zu hoffen gibt? Ach, da winken viele einfach nur kopfschüttelnd ab. Das ist ja nichts für Realisten. Aber so einfach ist das nicht mit dem Prinzip Hoffnung. Zumindest für uns Christen ist es eben nicht nur simpler Zweckoptimismus, der Negatives verleugnet, während man grundlos glaubt, alles wird irgendwie gut. Ganz im Gegenteil. Gerade angesichts der Unmöglichkeiten entwickelt sich im Glauben ja die Grundlage für Hoffnung. So wie angesichts der Angst erst wahrer Mut entsteht. Denn für uns Christen hat das irgendwie von alles wird gut einen Namen. Jesus Christus. Im Römerbrief Kapitel 4 schreibt Paulus über Abraham, dass Gott ihm eine große Nachkommenschaft verheißen hatte. Doch Abraham und seine Frau, die waren schon alt und hatten noch kein Kind. Und Paulus schreibt, obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab er die Hoffnung nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde. Abraham vertraute Gott mehr als seinem Realismus. Und deshalb ließ er sich nicht entmutigen. Und der Vergleich von Hoffnung und Mut ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hoffnung braucht Mut. Den Mut nämlich, die Spannung auszuhalten, während man auf die Erfüllung der Hoffnung wartet. Demgegenüber steht die Angst, dass die Hoffnung enttäuscht werden könnte. Und für manche ist es dann weniger schmerzhaft, erst gar nicht zu hoffen. Aber dann erlebt man auch nicht, dass sich Hoffnungen erfüllen. Abraham war sich seiner ungünstigen Umstände voll bewusst. Aber er wusste auch, was Gott zu ihm gesagt hatte. Und er entschied sich, Gott mehr zu glauben. Und daran merken wir, wie wichtig es ist, in einer Beziehung mit Gott zu leben, in der wir seinen Zuspruch und seine Führung hören und wahrnehmen. Denn daran entscheidet sich letztlich, ob wir fanatisch nur einem Wunschdenken verfallen sind oder wirklich mit Gott auf Ziele zugehen, die außerhalb unserer Reichweite liegen. Wie hören Sie Gottes Stimme? Wo brauchen Sie Hoffnung? Gerne bete ich mit Ihnen um so eine Gotteserfahrung. Liebe himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns hörst. Jeder von uns hat Momente und Situationen im Leben, in denen wir vielleicht gerade die Hoffnung begraben möchten. Aber was sagst du dazu? Zeige uns, vielleicht durch die Bibel oder durch eine Predigt oder ein Gespräch, was du uns in dieser Situation sagen möchtest. Damit einfach neue Hoffnung in uns aufkeimt. Denn wenn du etwas sagst, dann hältst du auch Wort. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Für Deutschland wählen Sie 040-1818-8800, für Österreich 01-2530-22544 und für die Schweiz 044-5750-270. Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Elba aus El Salvador ist verzweifelt. Das Geld reicht einfach vorne und hinten nicht mehr für die Miete. Sie hat Angst, mit ihren Kindern auf der Straße zu landen. CBN hat von der Familie gehört und ihr geholfen. Gerardo war zwölf, als er die Schulbücher gegen ein altes Buschmesser eintauschte. Es gab Geld für das Hecke schneiden oder Zäune reparieren. Das gab ich meiner Mutter. Trotzdem konnte die Familie die Miete nicht zahlen. Sie sollten die Wohnung verlassen. Das war schlimm. Ich sagte den Kindern, dass wir eine neue Wohnung finden. Aber ich wusste nicht, wo. Gerardo und sein Bruder sammelten Zweige, um im nahen Wald eine Notunterkunft zu bauen. Sie wickelten Plastik um Äste, um Wände zu haben, die vor dem Wetter schützen. Ich bekam Angst. Meine Mutter sagte, dass wir auf der Straße leben müssten. Elba arbeitet 60 Stunden pro Woche in einer Wäscherei. Sie verdient 2,50 Dollar am Tag. Das reicht fürs Essen, aber nicht für die Miete. Operation Blessing brachte Baumaterialien und baute der Familie ein neues Haus auf einem gespendeten Grundstück. Ich sah zu, wie sie unser neues Haus bauten. Das war aufregend. Mir fehlen die Worte. Ich bin so dankbar für dieses wundervolle Haus. Gerardo konnte sein Buschmesser beiseite legen und wieder zur Schule gehen. Ich bin glücklich. Ihr habt den Traum von einem eigenen Haus erfüllt. Danke, Operation Blessing. Gott segne euch. Ihr wart so großzügig zu mir und meiner Familie. Ach, ich freue mich, dass die Familie jetzt wieder ein richtiges Zuhause hat. Das CBN-Hilfswerk Operation Blessing unterstützt aber nicht nur durch Hausbau, sondern leistet zum Beispiel auch medizinische Hilfe, fördert Bildungsprogramme und setzt sich gegen Menschenhandel ein. Ja, liebe Zuschauer, möchten Sie sich an humanitären Projekten beteiligen? Oder möchten Sie diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben? Dann werden Sie Partner von CBN Deutschland. Alle Infos dazu gibt es auf cbndeutschland.org und weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auch am Ende der Sendung. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben anhand der Lebensberichte ja gemerkt, dass es sich wirklich lohnt, an der Hoffnung festzuhalten. Aber mich interessiert jetzt, Sabine, was bist du für ein Mensch? Resignierst du schnell oder bist du durch nichts unterzukriegen? Ich würde mich schon als positiven Menschen bezeichnen, der an der Hoffnung eigentlich auch festhält, lange. Aber klar, es kommt natürlich auch darauf an, um was geht es, wie ist meine Tagesform. Hast du es los in die Tagesform? Ja, natürlich. Hallo? Aber ich flüchte mich zu Gott, wenn ich merke, ich komme nicht weiter. Ja, es gibt einem einfach Kraft. Ja, von daher kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Danke, dass Sie für uns beten, uns unterstützen in unserer Arbeit. An dieser Stelle natürlich auch der Hinweis auf die Gebetshotline, die ist noch gestaltet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Gottes Segen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Partner von CBN werden können, dann finden Sie alle Informationen dazu im Internet auf unserer Webseite. Denn wir bei CBN sind davon überzeugt, dass Menschen auch heute noch Gott erleben. Und davon berichten ja auch die Menschen in unserer Sendung. Vielen, vielen Dank, dass Sie unsere Arbeit unterstützen. Übrigens, damit Sie immer bei CBN auf dem Laufenden bleiben, fordern Sie einfach per E-Mail unsere wöchentlichen Programm-News an. Oder wer lieber etwas in der Hand haben möchte, dem empfehle ich unser Erlebt-Magazin. Beide Angebote sind natürlich kostenfrei. Also, rufen Sie an oder besuchen Sie unsere Webseite.